Guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare. Wir machen jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Und da sind richtig schöne Marines-Missionen. Mmh, record down. Weiter geht's. Folge dem Konvoi und bleib dicht dran. Ja, läuft doch. Hm. Entdeckung. Entdeckung. Zwei Uhr. Blau ist geläubt. Zweiter Stock. Auf, so. Rauchwerf und flankiert. Auf, auf der Erhöhung. Da, da, da. Komm, da, da. Entdeckung. Dumm. Ich geh mal ja hoch. Macht nachladen. Gut, da ist einer weggeflogen. Entschuldige. Oh, ich soll nicht mal mitgetragen. Ich soll nicht mal mitgetragen. Oh, Verweiner. Ich habe meinen eigenen Erschuss. Oh, egal. Oder was? Dann schließt sie sich. Bei der Schuss. Hier ist dieser Ecke. Zeichel-Speed geht. Erdgeschoss, sicher! Achtung, vor allem auf der Treppe. Den Chef ist das 2-1-1. Ich gebe Dekum. Ich komme zum ersten Schlag vor. Das wird ein Feier. Ich komme auf den Kau. Hitze, ich bin. Oh, wieder so ein Leck. Seht ihr das? Ich habe das immer wieder mindestens einmal in der Runde. Dann zeig dich. Ja, hätten wir erst einmal nicht reingerannt. Wir werden von Truppen am Süd-Eingang des Krankenhauses beschossen. Er wird nicht sofortig unterdrückt. Oh, ich sehe die, wie schnell man hier stirbt. Das ist krass. Wirklich krass. Er wird nicht sofortig unterdrückt. Er wird nicht sofortig unterdrückt. Over. Roger, 712. Hammer hat sich in Kontakt zu sehen. Wieder passen. Bereithalten für Nachwuchs. Er wird nicht sofortig unterdrückt. Ich habe hier noch einen Ganaden, Mekko. Ich habe hier noch einen Ganaden, Mekko. Oh! 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 Oh, das ist schon chaotisch. Oh! 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 mein freund ist ja es ist so schön es ist so schön Ziele aufgeschaltet! Alles gesichert! Alle Station! Demons gehen einen Stock rauf! Keine Spur vom Wolf! Wir versuchen uns von etwas fern zu halten! Das steht verdammt fest! Das ist ein verschissener Leichter! Könnte ein Hinterhalt sein! Überprüft sie! Und zwar alle! Runter! Runter! Nicht bewegen! Keine verschissene Bewegung! Demon 3, hier ist 1-2. Wie ist der Status? Setz dich verdammt noch mal! In 4-3-1! Was denn alles? Ja! Schütze! Sicher! 1-2 an Demon 3! Bitte kommen! Demon 3, antwortetpflicht satschend! Schütze! Finden Sie sie! 2-3-1! Viren Sie! Das war's für heute. Falschbewegung! Da... ...ist schon nicht ohne. Neuigkeiten von Demon 3. Augen in das Zimmer. Kamera bereit. Ihr seid machtlos. Man hat euch geschickt, um mich zu töten. Und ihr sterbt für eure Bomben und eure Kriegsfrangerei. Wolf identifiziert. Drei Marines als Geiseln. Er wird sie töten. Wir müssen rein. Flankiert sie von hinten. Ich geh vorn rein. Alex, nimm das Fenster. Ich suche mir einen anderen Weg. Verstanden. Tür voraus. Briggs, wir gehen rein. Und ich bereit. Halt. Wir sind da, Bruder. Alles gut. Alles klar, Alex. Good Griggs. Omar Suleiman. Sie befinden sich nun in Gewahrsam dieser Spezialeinheit. Tun Sie, was ich sag. Oder Sie sind tot. Sehr gut. Alle Demon Teams Marines sicher. Der Wolf ist im Sack. Bringen wir ihn zur Botschaft. Aber wie gesagt, ich bin noch nie so oft gestorben in einem KfW. Das ist echt schwer. Und ich spiel gerade mal auf der zweiten Schwereskreis-Gewaltse Soldat eigentlich normal. Na ja gut. Was soll's. Und ich bin noch nie so oft gestorben. Lügen. Sag, was du getan hast. Wir haben das Gas nicht. Wer dann? Jemand sehr gefährliches. Wo ist es? Wenn ich's nur wüsste. Der Schlechter ist draußen. Sie fackelt die Stadt ab, wenn's sein muss. Komm zu uns, Tochter. Rette dich. Du lässt sie jetzt in Ruhe. Hey. Langsam jetzt. Ich bin nicht dein Kind, alter Mann. Ich führe Soldaten und du nur Mörder. Wir sind doch alle Mörder. Oder? Sie sind durch. Wir müssen weg. Jetzt. 3-1-2-6. Schüsse. Wir werden den VIP-sichern. Das Synchro ist nicht ganz korrekt. Verstanden. 3-1. Brabus auf dem Weg. Auf Evakuierung vorbereiten. 30 Sekunden. Roger. 30 Sekunden. Da ist eine große Gruppe Unbekannte am Haupttor. Herr Katala ist da unten. Wir haben den Rassbereich durchfohlen. Wir müssen auf da. Roger. Wir müssen schnellstens zur Echo. Auf die kommt hier die Hölle zu. Schüsse durch kleine Kaliber. Raketenwerfer! Oh. Ihr seid getroffen. Wir sind getroffen. Voller Schuss. Volle kriebe Verbrechen. Los da. Los da. Shit. Scheiße. Ich kann ihn nicht sein. Ich kann ihn nicht sein. Ich kann ihn nicht sein. Oh. Das war mal knapp. Alles klar? Mir geht's gut. Echo 3-1. Primäreextraktion gescheitert. Wir sind auf dem Dach. Verstanden. Wie läuft der Befehl, Kapitel? Da ist ein Schutzraum im Keller. Geht dahin. Wir stoßen zu euch. Roger. Finde in Bewegung. Wir müssen den Schutzraum vor Al-Katala erreichen. Und das Botschaftspersonal? Al-Katala will den Wolf. So wie wir. Gut, dass Sie hier sind. Wir brauchen fünf Minuten. Wie kann ich helfen? Suchen Sie Waffen. Blockieren Sie die Tür. Sie sind das Extraktionsteam. Nicht ihrs. Du. Die Tür auf. Schließ wieder ab. 06 Echo 3-1. Der Wolf ist sicher im Schutzraum im Keller. Achtung, der Schlechter ist da draußen. Gelbes Scherz. Ich sehe ihn. Sie brechen mir jetzt durch. Wir brauchen einen neuen Extraktionspunkt. Oh mein Gott. Nöwe je. Scheiße. Lassen Sie die Tür mal angreifen, Sir. Negativ. Wenn Sie es auf dieser Seite schaffen, erreichen Sie den Wolf vor uns. Verstanden? Jawohl, Sir. Gut. Geh vor. Du, sofort aufwachen. Alle zurück. Wir wollen nur den Wolf. Heute muss keiner mehr sterben. Schlüsselkarte? Ich. Wie steht's, Kapitel? Lässt du sie sterben? Sie. Bo, 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 bo. Sie. Halb. Wir gehen. Sein Lebensargeant. Jetzt. Sie ist ums den Wolf. Die Nade ist schwer. Und den Laster. Hey. Wir kriegen ihn. Jede Wette. 3-1. Feindliches Fahrzeug kommt. Wie steht's um die Extraktion? Das Gebäude ist abgeriegelt. Wir kommen nicht rauskämpfen. Sie müssen ruhig bleiben. Sie versuchen, hier einzubrechen und uns zu töten. Ab ins Gesicht. Das ist so hofft. Merkt ihr das? Wie öfft ich verrecke? Ich gucke mir das mal kurz raus. Und bum. Ab ins Gesicht. Boah. Bewege, 3-1 Alcantara ist drin! sie sind unterwegs zu euch! Das ist so heftig. Wer guckt euch das an, wie schnell die umfällt. Das ist echt heftig. Verracket da einfach. Rücken wir in den Keller vor Kai, geh voran. Sie ist verschlossen. Ich mach das. 3-1 sind im Keller. Verstanden, Achtung, da sind Feinde vor dem Schussraum. Wir machen das. Manchmal sind es schwarze Erkenntnisse meine eigenen oder sind es nicht meine eigene. Lassen wir Sie wissen, dass wir hier sind, Sargent. 3-1 sind da. Pfarrer, kämpfst du noch für das Gute? Immer, Käpt'n. Der Botschafter ist noch da drin, Sir, in der Pfanne. Halt ihn an der Strippe, er könnte uns rausbringen. Adir, danke für die Hilfe. Eine Freude, Sir. Omar Suleyman. Kennen wir uns? Du warst mal auf unserer Seite. Der Wolf war ein Freiheitskämpfer. Das bin ich noch, Bruder. Die Männer des Schlechters sind gleich beim Botschafter, Käpt'n. Okay. Kai, bemann die Kameras. Führ den Botschafter in Sicherheit. Seine Schlüsselkarte öffnet die Hintertür. Die anderen kommen mit mir. Herr Botschafter, hören Sie mich? Ich versperre die Tür. Stacey, versteck die! Botschafter! Oh mein Gott! Wer möchte? Nein, nein, nein! Nein! Halt! Halt! Scheiße! Käpt'n, der Botschafter ist tot, aber ich kann seine Assistentin zu Ihnen führen. Mach das! Hallo! Hallo! Können Sie mich hören? Hallo? Hier spricht Sergeant Kyle Garrick. Stacey! Stacey Davidson! Tun Sie, was ich sage, dann bringen wir Sie in Sicherheit. Nehmen Sie die Schlüsselkarte des Botschafters und gehen Sie zur Tür. Okay, ich habe die Schlüsselkarte. Und jetzt? Der Mann ist im Flur. Er könnte mich sehen. Bleiben Sie ruhig, ich muss auf die Kamera im Gang wechseln. Okay. Okay. Da trete ein bisschen los. Nach rechts. Da ist ein Schrank am Ende des Flures. Da ist ein Rollwagen bei der Tür. Bleiben Sie unten. Okay, los geht's. Säule! Wo ist der? Da ist der beschissene Schlechter. Wo ist der Wolf? Fafi, sind Sie da? Ich weiß es nicht. Lüg mich nicht. Der Wolf ist hier. Sag mir wo. Was soll ich tun? Ich bin doch so alt anerlös. Sonst jemand, irgendjemand weiße. Ich habe aber niemand anderes... Da ist ein Rollwagen beim Bücherregal. Gehen Sie! Du... Du hast in meinem Land nichts verloren. Andere Seite! Ich ist nicht euer Land! Schade! Ist das zu schwer! Ja... Sind ja gut. Da würde ich die Sachen erstmal beenden. Sonst wird das Video wieder viel zu lange. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde. Bis dahin. Bis dahin. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!